So ihr Lieben, hallo und willkommen zurück. Schon wieder ein Vlog. Ihr seht, ich bin am Ausprobieren. Kameraqualität hochgegangen, logischerweise, denn ich benutze jetzt meine Frontkamera, warum auch immer. Nein, aber was ich jetzt geändert habe, ist, ich nehme jetzt nicht mehr über das Handy am PC auf, sondern ich nehme direkt am Handy auf und habe jetzt einen Adapter gekauft, mit dem ich mein Mikrofon ans Handy dran packen kann. Was scheinbar zumindest funktioniert und ich freue mich darauf, das mal nachher zu schneiden und dann auszuprobieren, wie das jetzt funktioniert. So, worum es heute eigentlich gehen soll, ist eigentlich ein interessantes Gedankenexperiment und zwar folgendermaßen. Stellt euch vor, wir leben in einer Gesellschaft, deren Technologie jetzt schon deutlich weiter ist, als sie jetzt gerade ist, okay? Und jetzt sehen wir einfach mal an, wir sind in der Lage, unsere Brains in den Computer hochzuladen, okay? Einfach nur so völlig reine Annahme, ja? Ja, und was jetzt für Möglichkeiten entstehen, finde ich faszinierend und da müssen wir uns eigentlich schon damit beschäftigen, denn früher oder später wird das vermutlich möglich sein, weil, ja, das Gehirn wird erforscht, ist ganz klar. Wir bauen neuronale Netze, die sind am Gehirn zumindest orientiert, okay? Okay, ähm, wir sind noch nicht so weit, dass wir annähernd auch nur ein menschliches Gehirn simulieren können, aber wir sind schon bei Rattengehirnen angelangt und das ist schon mal einiges immerhin. So, und das bedeutet, ähm, ja, wir haben eigentlich schon ziemlich viel erreicht in den letzten paar Jahren. Wenn man sich das mal so überlegt, was wir davor hatten, jetzt kommt immer mehr, immer stärkere Leistungen, wir forschen an Quantenrechnern und so weiter und so fort, ja? Da passiert wirklich, wirklich viel gerade. Und irgendwann werden wir in der Lage sein, unser Brain in den Computer hochzuladen oder auch runterzuladen, I don't know. Wir gehen jetzt einfach mal nur von dem Gedankenexperiment aus, wir können unser Gehirn in den Computer hochladen. So, dann bedeutet das für uns, ähm, wir können unser Gehirn verdoppeln. Jetzt ist die Frage, euer Selbst, also ihr Selbst, ja, das, was jetzt gerade dieses Video guckt, wo seid ihr danach? Seid ihr im Computer oder seid ihr in der Realität? Immer noch, weil im Endeffekt euer Selbst aus der Realität, das wird ja nicht gelöscht, ja? Wir kopieren dieses Ding ja nur in den Computer rein. So, das ist Frage Nummer 1, die wir uns stellen müssen. Und ihr seht schon, es wird langsam abstrus, denn ich persönlich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, irgendwie zwei Ichs von mir zu haben, okay? Das, das, das geht irgendwie nicht in mein Hirn rein. Was aber noch viel abgefuckter ist, und zwar, wenn wir das Ding dann in unserem Computer drin haben, dann können wir ja theoretisch auch unser Gehirn so oft wir wollen, mal angenommen, wir haben genug Rechenpower, ja, so oft wir wollen multiplizieren. Das heißt, unser Gehirn kann so oft, wie wir wollen existieren, gleichzeitig in der Cloud oder auf einem lokalen Rechner. So, das bedeutet auf der anderen Seite, also jetzt mal IT-Security völlig beiseite geschaffen. Das bedeutet aber, ihr könnt ein Gehirn erstellen, was permanent irgendwelche Rechenaufgaben für euch übernimmt oder irgendwelche Aufgaben, die ihr in eurem alltäglichen Leben habt, ja, zum Beispiel Roboter steuern, der die Hausarbeit macht. Ihr könnt ein Gehirn nehmen, das dann eure Arbeit macht. Das macht dann Homeoffice oder macht als Roboter und macht da irgendwas, ja? Das heißt aber im Endeffekt, wir haben unendlich viel Rechen- und Gedankenleistung, Gehirnleistung sozusagen. Wir haben auch unendlich viele Arbeitsleistung, ja? Und ihr selbst könnt eigentlich den ganzen Tag chillen, falls ihr das wollt. Was aber noch viel interessanter ist, wenn unser Gehirn im Computer mal Urlaub haben möchte, ja? Und jetzt, jetzt ist es ganz abgefuckt. Dann stellen wir einfach den Prozessortakt ein bisschen nach oben. Was heißt ein bisschen? Wir stellen ihn einfach hart nach oben, okay? Wir geben unserem Gehirn einfach mehr Rechenleistung. Das bedeutet, unser Gehirn im Computer drin arbeitet dann einfach. Und zwar nehmen wir mal an, wir verdoppeln unsere Leistung von unserem Rechner. Ja, mal so eben. Also wir simulieren ja das Gehirn quasi mit einer gewissen Taktfrequenz. Also das taktet zum Beispiel, jetzt wird gefeuert, jetzt wird gefeuert einmal pro Sekunde. In unserem Gehirn natürlich häufiger. So, und wenn wir jetzt einstellen können, wie häufig das passiert, dann können wir sagen, hey, unser Gehirn feuert einfach doppelt so häufig in der Sekunde, ja? Und das bedeutet, unser Gehirn erlebt auch alles doppelt so schnell. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass eine Sekunde Realtime für unser Gehirn im Computer zwei Sekunden sind. Also wir empfinden es im Computer quasi als zwei Sekunden. Wenn wir das jetzt fortdenken, ja? Und jetzt ist das ziemlich cool. Dann können wir theoretisch unser Gehirn ein Jahr oder ein Jahrhundert in einer Sekunde, also im Computer, das Gehirn, durchleben lassen. Okay? Ihr versteht, worauf ich hinaus will. Wenn unser Gehirn jetzt also, wenn es gerade am Arbeiten ist, einen Monat lang Urlaub haben möchte, kein Problem. Geben wir ihm eine Sekunde in Realtime als Urlaub, stellen aber die Taktrate hoch. Da hat unser Gehirn im Urlaub, äh, im Rechner drin einfach einen Monat Urlaub. So, gar kein Problem, ja? Unser Gehirn arbeitet also nicht mehr oder weniger als wir. Das arbeitet genau so stark, wie es möchte. Ähm, ja, wenn, wenn wir einsam werden, das ist jetzt ein anderes Thema. Da müsste man dann irgendwie die Gehirne verlinken oder sowas. Aber was natürlich auch schlimm ist, ihr könntet dadurch auch, äh, naja, das kann hart missbraucht werden, okay? Also ihr könntet dadurch gefoltert werden, indem man einfach eure Taktfrequenz hochstellt und so weiter und so fort. Also es ist relativ schwierig, okay? Aber nur mal so als Gedankenexperiment. Was haltet ihr von dieser Situation? Würdet ihr euer Gehirn in einen Computer hochladen oder sagt ihr, oh mein Gott, bloß nicht? Und jetzt nehmen wir mal einfach Abstand von der IT-Security, ja? Mir ist klar, dass Gehirne dann auch gehackt werden können und so. Und das wollen wir natürlich zutiefst vermeiden, ja? Also ich will keinen Virus in meinem Gehirn drin haben. Ähm, mal abgesehen von Corona, aber pscht. Ähm, aber, ja, also im Endeffekt ist die Frage, würdet ihr sowas machen oder würdet ihr es absolut lassen? Und die zweite Frage ist, wie findet ihr die neue Vlog-Qualität? Gefällt euch das oder soll ich irgendwas ändern? Und wenn ja, schreibt mir bitte, was ihr genau haben wollt. Gut, das war's von meiner Seite auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao!